Es ist wieder soweit, Schönheit muss leiden, dafür bin ich bereit. Ja, Mittwoch, und wir stehen wieder unter Strom. Ich schwing mein Muskelkörper auf mein Radl. Ja, ich hab Heimweh noch B.E. Und spür die Energie in meine Wadl. Seit Aufhe auf dem Hügel bin unglaublich fit. Doch heute glaub ich trau meinen Augen nicht. Jetzt geht's los. A feiner Herr im Unzug zieht voll bei mir vorbei. Wie konnt's mir schon denken, so a Sauerei. Ja, is a E-Bike-Fahrer, a Elektro-Schnorrer. Ja, sag ich kenn das. Ach, huu. Alle denken, er macht Sport, doch dieses Betrug von die E-Biker. Hab ich les genug. Diesen Typen wär ich sagen, ich bin die Nummer eins. Hau mir Power, Regel eine, das ist meine große Chance. Ich tritt in die Pedale und hol ihn schnurstracks ein. Bitte, Herr Kollege, lassen Sie es sein. Ja, vor lauter am Kinderspielplatz fahren, sind wir jetzt am Falsch. Ja, pass auf. So die E-Bikes sind ja nicht ganz umsonst, Sepp, oder? Ja, geht auch. Ja, genau. Fahrführung. Ja, is a E-Bike-Fahrer. Du fährst ja Boost. Und Heli, dein Sportmodus Turbo hebt er dir aus. Ja, wenn du den reinschaltest, dann gehst du so dahin, dann friere ich ja beim Aussie fahren. Ja, aber du kannst ja mal am Hinterrall fahren probieren, bergauf. Ah, der Heli tut, glaube ich, keine Strichel vergolden. Von den E-Bikes habe ich nichts genutzt. So, jetzt machen wir mal einen Elektro-Esel-Tausch. Ja, KTM versus Scott. Osch versus Shimano. Ich hab's kapiert, ein E-Bike muss her. Na ja, die Sonne scheint nicht so stark, oder? Was sagst du? Ja, das ist ein bisschen undurchsichtig. Doch, ich will nur das Schnellste, bitte sehr. Nimm einen Motor von der Kreisag und einen Stolzstromgenerator. Bin jetzt der E-Bike-Imperator. Bist du Depper? Das ist das nächste Fahrzeug, dann nach einem E-Bike. Jetzt brauch ich nur wenig Kraft und schon bin ich wieder voll im Soft. Die Mädels sind ganz außer sich und singen im Chor nur für mich. Du bist mein E-Bike-Fahrer. Fast mit einem Tritt von Kärnten nach Andorra. Bitte nimm mich mit auf ein Radl aufs Flug. Ich glaub fast der Heli hat ein Eisbären zusammengefahren. Von dein E-Bike krieg ich nicht genug. So, ich zieg mich da jetzt an. Ich hab' meinen E-Bike-Kawadl und der Durmoni-Bike-Radl. Bin der Schnellste auf der Strasse und verzauber alle im Ost. Bin der King of the Road, vor jedem davon. Everybody schaut E-Bike-Fahrer. Ja, ist ein E-Bike-Fahrer. A-R-E-Tosch-Fahrer. Alle denken, er macht Sport, doch das ist Vertrag. Von den E-Biker haben wir längst genug. Du bist mein E-Bike-Fahrer. Fast mit einem Tritt von Kärnten nach Andorra. Bitte nimm mich mit auf ein Radl aufs Flug. Von deinem E-Bike krieg ich nicht genug. Du bist mein E-Bike-Fahrer. Fast mit einem Tritt von Kärnten nach Andorra. Bitte nimm mich mit auf ein Radl aufs Flug. Von deinem E-Bike krieg ich nicht genug. Zwischenstopp in Bad Mitterndorf. Wortspende. Keine Zähne. Keine Zähne. Nur noch zwei Stricheln. Der eine hat zwei Stricheln, der andere zwei Stricheln. Keine Zähne. Genau. Bei mir ist der Opelstrudel weg. Und mein Binnenstich ist auch schon klar. Bist du nicht? Der ist ein E-Bike-Fahrer, ein Elektro-Schnorrer. Und warum soll man jetzt hier zurückfahren? Wo, wo, wo? Warum? Aber warum? Weil man kann nicht sehen und kann nicht. Kann ich die Finger? Irgendwer hat gesagt, weil es sonst finster wird. Ja! Unser Siegel. Unser Radl schaut fast so aus, als wäre der Platz beim Heli. Ich hab's kapiert, ein E-Bike muss her. Doch ich will nur das Schnellste, bitte sehr. Nimm einen Motor von der Kreishock und einen Stolzstromgenerator. Bin jetzt der E-Bike-Imperator. Wo hat der Freund von mir? Servus! Jetzt brauch ich nur wenig Kraft und schon bin ich wieder voll im Soft. Die Mädels sind ganz außer sich und singen im Chor nur für mich. Du bist mein E-Bike-Fahrer, fast mit ein Tritt von Kärnten nach Andorra. Bitte nimm mich mit auf ein Radl-Ausflug, von deinem E-Bike krieg ich nicht genug. Ich hab mein E-Bike-Karwadl und der Durbo-Di-Bike radl. Bin der Schnellste auf der Straße und verzauber alle im Ost. Bin der King of the Road, vor jedem davon. Everybody schaut. I-Bike! Ja, ist ein E-Bike-Fahrer. A-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Von die E-Bike-Fahrer haben wir längst genug. All shoot! A-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Ja, regge. Auf ein Radl-Ausflug von deinem E-Bike kriege ich nicht genug. Du bist mein E-Bike vorher, fast mit ein Tritt von Kanten noch ein Dörrer. Bitte nimm mich mit auf ein Radl-Ausflug von deinem E-Bike kriege ich nicht genug. Ja, schau her! Ja, sag grad die! Ich hab mir gedacht, ihr habt jetzt schon Schweinsbraten gegessen. Das war, glaub ich, ganz wichtig, dass der Sepp nur ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ja, genau. Weil der Roland alle Sticherl auch gefahren hat. Ich hab Mountainbäcker-Wadl und der Durmoni-Bäckradl. Bin der Schnellste auf der Straße und verzauber alle im Ost. Bin der King of the Road, vor jedem davon. Everybody schaut, everybody! Ja, ist ein E-Bike-Voran! Du und für den lieben Josef, ein Kinderrad. Das ist ein Damenrad wegen einem Ruckerl, schau. Ja, ja, ja! Trennen! Ohne Strom gegen Strom! Gibt's am Hauptsinn? Ja, da wird die! Gibt's am Hauptsinn? Ich sag ja, dass der Akku gar nicht klar ist. Hahaha! Gibt's am Hauptsinn? Untertitelung. BR 2018